ja moin was geht alla 3 2 1 einer neuen folge ein kraft zieht mit chris und alex und dennis ist so nebengast gerade aber mein kraft aber ich kenne mich nicht aus so käme ich schon merkt was hier los ist ich habe ihn zugegeben dass das mit mord zu tun wir spielen reines vanilla minecraft aber ich werde mich jetzt mal verabschieden johau rein tschüss ich wünsche dir was und viel spaß noch vergesst nicht hochzuladen mein hase keine sorge ich werde es dir hochladen küsschen aufs nüßchen dankeschön man hört sich viel spaß jungs auch tschüss die community bis die tage ciao user left your channel user left your channel okay bei mir ist gerade okay das passt gerade irgendwas etwas umgestellt ich glaube das wird zurück ich habe mir gerade mal meinen kraft zum ruckeln gebracht was hast du da gebaut ein neues haus du hast nur den see dahin bekommen habe ich selbst gemacht soll mal überlegt dass ich da auch noch lang muss haus am see muss nicht über mein grundstück laufen aber ich zu chris will dann läufst du halt außenrum ja genau du mich auch ich habe ein bisschen umgebaut dann machst du dir halt einfach ein schiffchen über mein gebiet cool 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 lalala Einen noch. Einen noch. Einen noch, Einen noch. Einen noch. Einen noch. Einen noch. Was baust du eigentlich an? Einen Stall? Einen noch. Einen noch. Kannst du dir das vorstellen? Ja. Nice. Kann ich mir sehr gut vorstellen. Dissya. Szen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Alles klar, Christian. Ja, einer muss das ja mal sagen. Alex, was... Okay. Was war das denn eben? Irgendwie war ein JavaScript-Error. Du bist der Error. Was baut Alex so schönes heute? Ah ja, so viel. Das ist natürlich gut zu wissen. Alex, rede mit mir. Nee, mit mir auch nicht. Das ist bestimmt fett scheißen. Ja. 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 Okay. 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 Ich muss das noch einen höher machen. Alex, kommst du denn soweit voran mit deiner? Ja. Alles gut. Meine ist noch kein Schlachthof. Noch nicht. Kommt noch. Komm auch momentan nicht dazu. Fällt ja alles neue Sachen ein, die ausbauen. Solange ich da noch nicht zufrieden bin, baue ich nichts ab. Ah ja. Fängt das schon wieder an? Ja. Sehr schön. Was? Ey, ist das jetzt euer verkackter Ernst? Ja. So ernst wie ich gerade mit dir rede. Immer wieder schön. da. Ja, das stimmt. Da wird ... Da ist das ein dringender 박z. Na. du hältst jetzt ein schnauz du 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 da geht der runde mond auf der grüß hoffel auf denn wie wir alle wissen ist der mond nicht eckig sondern rund wie geht dieser natürlich geht die sonne auf ist offen kommen und massentierhaltung ist er nicht erlaubt ja ich habe extra bei der beim tierschutzverband angerufen die haben gesagt das ok hier ist ein creeper wie tf wie groß ist denn ein portal geil oder kann man das jetzt heutzutage so groß bauen wie man will oder was ist das glaube ich schon immer so bauen hauptsache es hat die minimalgröße ich habe dass man da über die über punkt läuft eine schafe unter der erde sind sich das anhört ja als würde da unten jemand die habe befriedigen ja so ist hat nicht wissen wie weit du sie was würde ich niemals betun bin ja nicht so ein schwein wie du wieder so ein zombie unterwegs wenn man schlafen gehen würde ich hier sind überall zum bin gerade unterwegs so ist dafür liegen sie ich finger mir gerade noch ein ach man alter ja ich wurde von dem zombie angegriffen er hat mich aus dem bett geschmissen der wichser jetzt du das wieder so hat er echt was schönes angefangen konstrukt aus einem stein wo noch mal in die season kommt er hat mein er hat doch gesagt dass er die neueren version nicht mehr mag schade naja ändern man könnte ihn rein theoretisch zwingen zwingen ja ich möchte nicht wissen auf was du gehst doch hier in den swinger club du sollst nicht immer alles verraten du bist toffelus bist toffelus perpendicin ja nicht zu 2 kein problem alex irgendwas nicht jetzt am hochladen weil ab und zu habe ich richtig ton kratzen und halt so ein leicht ruckelndes bild naja klar der dodo winch ist schon wieder hier gar nichts alex dodo hat schon wieder nur scheiße im kopf was ich weiß dass die scheiß im kopf schnell machen muss das schwert nicht zücken jetzt rein wachs doch wachs doch hey ich habe keinen schlafen weh die augen zu dann siehst du was deins ist ja was ich gleich mit meiner spitzhacke ja dann komm doch dann haue ich mit meiner axt zurück sagt ich gleich mit toten fleisch sehr schön holz her war meins die standen auf meinem grundstück ich habe immer noch volles leben sollst du mein holz wieder geben da kommt der hier mit seiner eisenschaufel an hallo was ist denn von mir ich mach doch nix hä ja dein holz ist verschont kann ich auch nix für ja ja da ist es ja ich habe mein holz eingesammelt und bin wieder losgelaufen okie dokie mal von oben gucken wie das haus aussieht knochenmehl knochenmehl noch ein wachsen noch mehr der wächst auch ohne knochen mehr ich hab gar kein holz mehr leider nicht das ist meiner scheune unwürdig irgendwas läuft mit das würde sein das ist die definitiv edition mann zu ende geguckt so scheiße fand ich den gar nicht ich also ich kenne tatsächlich schlechtere filme ich gehe mal ein bisschen alex besuchen was der so schönes macht hat so bleiben lassen weil ich jetzt eh looten gehe hat er schon wieder hier seine scheiß bäume hingestellt jeder kisten ich glaube die zerstöre ich das sind meine das ist mein grundstück das ist villa kunterbund nur unter wasser mit villa kunterbund aber nach oben hallo der aus wie ein raum in der inquisitoren festung das sieht irgendwie voll witzig von ihr aus das augen eine nase und mund mit einem schnurrbart ja gesagt sieht es ein bisschen aus wie ja keine ahnung das sagt der der in der höhle wohnt würde es mir lieber als das da das sieht ja aus wie eine halbe liebeskugel das ist nicht mal eine kugel das überhaupt eine ahnung was liebeskugeln sind ja damit starte ich immer meine freunde süßigkeiten oder nicht den rasenmäher absolut es wird schon als ich minuten es wird nachdem versucht dein glück war ein anderes mal dodo schlägt mich mit dem schwert und denkt sich jude hat bestimmt kein leben mehr dabei habe ich immer noch volles leben christophel ich bin dodo vinci ja auch nicht zu deiner punkt gemacht was kaputt tschuldigung ich wollte eigentlich noch mal so klopf klopfen man muss ja nicht dass das klar so schnell mittags kaputt geht ich habe doch dann bitte ich euch jetzt alle mal schlafen sie können mit der ausrede ich bin gerade unterwegs könnt ihr mir nicht kommen weil ich euch alle hier gesehen habe ich bin gerade unterwegs also ich springe mein bettchen wie batman ab aufs zimmer hat man sein bei den ganzen schafen hier schlafen kann ist eine andere frage hast du mit einem sexspielzeug in einem raum schläfst du bewusst das mark ist pelzig und man so sieht aus der rasenmäher ist mein getreuer gefährte eine kiste wo du gerade dran ist direkt man tragen und kaputt machen der mädt nämlich pelzige rasen man keine worte übrigens damit schade ich meine freundin aber war gut ich wollte mich für den ändern man fingerübungen was denn alex denkt gleich wieder falsch was soll man denn dabei sonst denken was ist denn das richtige denken deiner meinung nach naja dann kann man es ja nur falsch denken erst mal jemanden da war ein ei ich glaube ich habe dort das ei gefunden du bist heute auf trollen hier fehlt eine zugbrücke was für eine zugbrücke ein fisch die ganze sachen wieder wegschmeißen du das holz den sand das hier nehme ich noch mit hör mal zu dumme kuh mich hier nicht an sonst muss ich zurück das glas gehört jetzt mir ob ich das überlebe da kommt das überlebe ich das war knapp alter fast auf dem stein gelandet habe alle glasblöcke eingesammelt das ist ja okay ficht ich press gleich menschen auf ich glaube fichten findest du hier nicht in der nähe so da hinten ist nicht ein paar sind welche also ein paar sind sind hier nee 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 immer zu du dummer kuh das war ein scharf du idiot daraus wird ja die schlöse ich hab gefragt jetzt habe ich getötet wenn ich mit johann heute war darum krass das hat mich da auch jetzt muss ich der tod mit dodo quälen und schenkt da freiwillig zurück deswegen steht er die ganze zeit an seinem bett und wenn ich ihn töte ich bin der tod der tod den brauchen wir nicht was passiert wohl wenn sein bett nicht mehr da steht da muss der tod ihn woanders aussetzen noch mehr glas das brauche ich mich das gas gas wenn ich dir helfen konnte genau ich habe mir jetzt doch mit erst mal kurz bei alex belastet oder ich habe dir die finger ab sind sie nicht zu hause man hat gesagt ja das ist das problem damit wünsche ich euch noch einen wunderschönen tag abend bis zur nächsten folge wenn es heißt die anacrond gamer sind in der season one unterwegs tschüss von b 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 Untertitelung des ZDF, 2020